Ahhhhhhhh, liebe meine lieben Freunde auf Joksadeh Ich werde heute, ich alleine, werde heute Gimmy Tweeter spielen oder Geography ähh pff, was sage ich hier ähm, leider ohne Musik weil Youtube mein Video deswegen gesperrt hat weil ich das mit irgendwie Musik gespielt habe, die irgendwie Urheberrechte oder so verletzten. Egal, das heißt, ich muss das jetzt ohne Musik spielen, aber ich hoffe, das ist nicht so schlimm. Dieser Kanal ist super aktiv, es werden am Tag wahrscheinlich nicht immer, aber manchmal um die zwei ganze Videos, okay, oder vielleicht auch mal drei Videos kommen. Also, könnt ihr euch schon mal eigentlich drauf freuen. Äh, ja. Ich kann vor dieses Video leider nicht mein Intro setzen, weil wir hier ja eigentlich nicht bei Dex HD sind, sondern es dauert vielleicht ein bisschen, bis ich, besser gesagt, bis wir ein Jox HD Intro erstellt haben. Äh, aber okay. Sorry, dass ich hier nicht mit Musik spielen kann, das ist richtig scheiße, aber geht echt nicht, das ist richtig bescheuert. Aber denkt euch einfach die Musik. Okay. Aber irgendwie, äh, bei BeatStumper kann ich das, aber... Okay, ähm... Also, ihr seht, das erste Level habe ich schon mal geschafft. Wui! Bang! Also, das erste Level... Also, das erste Level habe ich schon mal geschafft. Alter, diese Werbung, die regt dann immer so auf. So, ach so, kann man sogar wegklicken. Alter! So, geh weg. So, dann werde ich jetzt mal das zweite Level spielen. Nee, ich weiß nicht, ich kenne die Musik nicht auswendig. Ich meine, das ist echt blöd, dass ich ohne Musik spiele, aber sonst wird dieser Kanal irgendwann mal gesperrt oder mein Alter. Ach, noch was, kleine Information zu meinem Alten. Ja, das ist eine wichtige Information und zwar ist, das wird hier unser Hauptkanal. Deshalb kommt auf dem Alten nicht mehr so viele Videos, vielleicht jede zwei Wochen mal, also wirklich nicht viel. Aber ich hoffe, das stört euch nicht, aber wenn ihr Videos wollt, dann schaut eigentlich hier vorbei. Äh, ja. Nein! Alter, ich war zu 95 Prozent. Alter, Alter! Alter, wenn ich... Ihr wisst, im letzten Video, was ich leider sperren musste, also was gesperrt wurde, ähm, und wegen privaten Gründen, hätte ich sowieso nicht lange drauf gelassen. Ähm. Äh. Wisst ihr, dass ich das... Okay, ihr wisst es nicht. Alter! Ich bin so... Ah. Wisst ihr, dass, ähm... Alter, das... Äh, dass ich sozusagen das dritte Level auch noch durchgespielt habe und das auch. Ihr könnt es natürlich auch gleich sehen, aber... Naja, das, ähm... Naja, egal. Wir suchen also erstmal ein Intro für Jörg Zadeh, deshalb... Die nächsten Videos... Videos werden erstmal nicht, äh, geschnitten. Und dann... Vielen Dank. Jetzt aber bitte. Mein Auge juckt. Ja? Nein! Nein, Alter! 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 Nein! Ich bin so überfordert. Wieso? 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 Wenn ich ein Intro haben, kann ich Geometry Dash auch nicht schneiden, weil irgendwie wird die Grafik tausendmal schlechter und das Bild wird irgendwie verkleinert. Deshalb Geometry Dash wird sowieso nicht geschnitten. Und all diese Querformate werden halt nicht geschnitten, weil die irgendwie komische Sachen machen. Wenn ich das Level jetzt schaffe, habe ich eine Münze. Ich würde das so gern mit Musik hören. Das ist voll blöd. Alter! 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 Okay, hier seht ihr auch, dass ich das auch noch zu 100% geschafft habe und das zu 95%. Das war so eine Verarschung. Äh, das habe ich gar nicht angefangen. Äh, ja, das bin ich. Aber ich habe das... Auf diesem Handy habe ich halt... Wow, nur Best. 1%. So schlecht bin ich in diesem Spiel halt eigentlich gar nicht. Ähm, ja, ich weiß. Ein Look stinkt, aber egal. Irgendwie muss das ja mal sagen. Ich bin eigentlich ganz gut in diesem Spiel, aber... Ist halt relativ... Was habe ich gemacht? Habe ich einen Fehler gemacht? Ich habe zumindest... Irgendwie ist es nicht so toll halt, ähm... Wenn man halt immer irgendwie Fehler hat. Aber okay. Ähm, gut. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn ihr leerlasst, weiter! Wenn nicht, dann nicht. Und, ähm, wir würden uns natürlich auch sehr über ein Abo freuen. Ihr müsst es natürlich nicht, aber würden wir uns halt drüber freuen. Bis zum nächsten Mal! Und... Ciao! Ciao!